Wie lagere ich Tee am besten? Sie kaufen Ihren Tee im Teegeschäft und können bei uns zum Beispiel auch Ihre Teedose mitbringen. Wenn Sie Ihren Tee aber in der Teetüte kaufen, nehmen Sie diese Tüte nach Hause und füllen Sie bitte am besten in eine Teedose. Ob die Teedose aus Blech ist oder Porzellan, ob mit Innendeckel oder ohne, spielt keine große Rolle. Tee hebt sich besser in Gefäßen auf. Was Sie bitte nicht machen sollten zu Hause, stellen Sie Ihren Tee bitte nicht mit der Dose ans Fenster. Im Sommer wird es dort sehr heiß, im Winter sehr kalt, es sammelt sich oft auch Feuchtigkeit. All das kann die Lagerungsfähigkeit des Tees erheblich reduzieren. Was ein No-Go ist für uns, ist Tee am Herd. Sehr schöne, sehr repräsentative Teeregale, nicht nur für einen selber, sondern auch für Besuch. Aber dort wird es sehr feucht. Das lassen Sie bitte, das macht dann keinen Spaß beim Genuss des Tees. Das macht dann keinen Spaß beim Genuss des Tees.